Was wir hier sehen, ist der Denver Airport in Colorado in den Vereinigten Staaten in einer Luftaufnahme. Und wie ihr seht, sind die Start- und Landebahnen in Form eines Hakenkreuzes angeordnet. Zumindest macht dieses Bild so den Eindruck. Ob das wirklich stimmt und ob die vielen, vielen Verschwörungstheorien rund um den Denver Airport, die man im Internet findet, stimmen oder nicht stimmen oder vielleicht in Teilen stimmen oder was genau ungewöhnlich ist am Denver Airport oder nicht, Das wird das Thema der aktuellen Episode von Hoaxilla TV. Dürft ihr nicht verpassen, findet ihr auf massengeschmack.tv in Full HD und als Podcast. Müsst ihr einfach abonnieren. Hoaxillaise